Er ist ohne Zweifel eine der berühmtesten Figuren des ganzen Mittelalters. Er ist der kurdische Begründer der Ayyubiden-Dynastie, vereinte fast den ganzen Nahen Osten unter seiner Herrschaft und er eroberte Jerusalem für den Islam zurück. Und das führte dazu, dass Sultan Saladin zu einer fast schon mythischen Figur wurde, die, und das werden wir in diesem Video sehen, immer wieder auch propagandistisch missbraucht wurde. Und wie? Das schauen wir uns jetzt an. Der Mann, den wir heute unter dem Namen Saladin kennen, der wurde im Jahre 1137 oder 1138 geboren, also christlicher Zeitrechnung, in der Stadt Tigrit. Die liegt heute im Irak und sein Vater stammte aus einer kurdischen Dynastie. Sein Vater war im heutigen Armenien geboren. Und seine ganze Familie war im Dienst von türkischen Fürsten, die in Syrien regierten. Und so kam es dann auch, dass die Familie von Saladin, der eigentlich unter dem Namen Yusuf geboren wurde, die Familie zog relativ früh von Tigrit nach Syrien. Und da war es auch, wo Saladin aufwuchs. Saladin wuchs in Baalbek auf und in Damaskus. Falls es euch interessiert, Baalbek ist ein ganz großartiger Ort. Baalbek stehen noch die Ruinen eines römischen Tempels aus der Antike, im heutigen Libanon. Ich war selber mal da. Absolut faszinierend. Faszinierende Stadt. Und Damaskus, obwohl ich da leider selber noch nicht war, steht ja im Ruf, eine der schönsten Städte des ganzen Nahen Ostens zu sein. Und da waren dann, sag ich mal, die Jugendjahre von Saladin. Und Syrien, das war immer seine große Liebe und sollte es auch noch für die ganze Zeit seiner Regentschaft bleiben. Wie schon erwähnt, seine Familie, also er letztendlich auch, aber auch sein Vater und sein Onkel, die standen im Dienst eines Fürsten, der in Syrien regierte. Türkischstämmig und sein Name war Sengi. Und er war der Begründer der sogenannten Sengiden, also der sengidischen Dynastie. Sein Sohn Nur al-Din, der wird später auch noch eine Rolle spielen. Aber vorerst ist es wichtig zu wissen, Saladin und sein Onkel und sein Vater standen im Dienste dieses Fürsten. Und das führte dann auch zum ersten, sag ich mal, wichtigen Schritt in Saladins Leben hin zu der Person, die er später werden sollte. Nämlich wurde er, also sein Onkel und er wurden beauftragt, nach Ägypten zu gehen und da einen Mann wieder einzusetzen als Herrscher. Und hier wird es ein bisschen kompliziert. Also machen wir mal einen Schritt zurück. Wie sah der Nahe Osten damals aus, zur Zeit, als Saladin ein junger Mann war? Wir haben natürlich, so sag ich mal, um Jerusalem und an der Levante haben wir die Kreuzfahrerstaaten. Das sind die europäischen Ritter und Nicht-Ritter, die irgendwann runtergekommen sind, etwa 80 Jahre vorher, und die sich dort eigene Fürstentümer erobert haben und sie bis zu diesem Zeitpunkt gehalten haben. Da, wo wir jetzt gerade sind, also in Syrien und da, wo Saladin lebte und aufgewachsen ist, da regierten die Sengiden, also wie gesagt türkischstämmige Herrscher in Syrien und ein bisschen nach Mosul etwa. Und in Ägypten, das war noch das Reich der Fatimiden. Die Fatimiden, das ist eine Dynastie von Kalifen, also sie haben sich religiös auch, religiös begründet, ihre Herrschaft legitimiert und die waren schiitisch. Also wir haben nicht einen geeinten Nahen Osten unter einer muslimischen Vormacht, sondern viele kleinere, verschiedene muslimische Fürstentümer und Herrschaftsbereiche. Und in Ägypten, da regierte ein Stadthalter dieser Fatimiden-Kalifen und es kam zu, sag ich mal, Bürgerkriegswirren und auf jeden Fall zu einem großen Chaos, woraufhin dieser Mann namens Shavar nach Syrien geflüchtet ist. Und jetzt der Auftrag von Saladin und seinem Onkel war, diesen Mann dort wieder zu installieren. Aus der Befürchtung heraus, dass wenn es Chaos in Ägypten geben würde, dass die Kreuzfahrer, die Europäer sich dann Ägypten einverleiben könnten. Und das wäre ein großes Problem für alle Muslime. Denn Ägypten war unglaublich reich, war so die Kornkammer und hätte einen ganz, ganz großen Rückschlag für die Muslime bedeutet, wenn das christlich geworden wäre. Also, nochmal kurz zusammengefasst, Ägypten unter Oberherrschaft der Fatimiden, dahin sollten Saladin und sein Onkel gehen, um den Mann Shavar wieder einzusetzen. So, das haben sie auch gemacht, aber wie die Geschichte manchmal so spielt, kam es dann dazu, dass dieser Shavar, kaum war er an der Macht, sich mit den christlichen Kreuzfahrern verbündet hat, gegen Saladin und seinen Onkel. Also, wir sehen hier schon, dass es eigentlich in der ganzen Geschichte eigentlich immer nur um Macht ging. Wenn man solche Geschichten hört, von wegen die Christen gegen die Muslime und sowas, das ist schon super vereinfacht und meistens ist es falsch. Es ging meistens um Macht. Hier sehen wir, dass sich ein muslimischer Herrscher mit den christlichen Herrschern verbündet hat, um gegen andere muslimische Herrscher zu kämpfen. Ein paar Jahre später im vierten Kreuzzug haben dann christliche Kreuzfahrer die größte christliche Stadt der Welt, Konstantinopel, zerstört. Es ging immer alle gegen alle und es waren immer sehr pragmatische Bündnisse im Nahen Osten und auch in diesem Fall. Also, Shavar, der Visier von Ägypten, hat sich mit den Kreuzfahrern gegen Saladin und seinen Onkel verbündet und das war letztendlich sein Todesurteil. Saladin und sein Onkel waren erfolgreich, haben letztendlich dafür gesorgt, dass Shavar getötet wurde und der Posten als Machthaber von Ägypten sollte also an den Onkel von Saladin fallen. Und auch hier eine, sag ich mal, für Saladin glückliche Fügung der Geschichte. Sein Onkel starb wirklich sehr kurze Zeit darauf und das führte dazu, dass Saladin zum Sultan von Ägypten wurde. Also, Sultan ist ein Begriff, der ist der Machthaber. Er ist nicht Al-Khalif. Kalif sind die Nachfolger des Propheten, also auch ein religiöser Titel. Sultan bedeutet letztendlich, er ist der Machthaber von Ägypten. Und formal unterstand er dann noch den Fatimiden, weil die ja auch diese religiöse Legitimation hatten. Aber relativ schnell, ich glaube, ein oder zwei Jahre später, hat er sich dann auch mit diesen Fatimiden überworfen, hat diese Dynastie für abgesetzt erklärt und hat in Ägypten, das bis dahin schiitisch war, hat in Ägypten wieder den sunnitischen Islam eingeführt. Also, Saladin war jetzt 31 Jahre alt und war Sultan von Ägypten und hat kurze Zeit später, also er war noch auf dem Papier, war ja auch noch eigentlich der, sag ich mal, Untergebene von den Fürsten in Syrien, also von den Sengiden. Da war jetzt mittlerweile nur Adin, der Herrscher, der Sohn von Sengi und auch mit denen hat er sich dann überworfen. Also, Saladin kam dann ein paar Jahre später mit einer Armee, einer kleinen, aber schlagkräftigen Armee von Ägypten hoch zurück nach Syrien, wo er aufgewachsen ist und hat Syrien erobert. Und das führte dazu, dass die Muslime, die nun unter Saladin vereint waren, es mit den christlichen Kreuzfahrern aufnehmen konnten. Denn das sollte man nicht unterschätzen. Die Kreuzfahrer, gerade so die Ritter, die Ritterorden, die Templer, die Johanniter und so was, das waren Elitekrieger, das waren gut ausgebildete, gepanzerte Kämpfer und die waren die ganze Zeit ein Problem für die Muslime, vor allem, wenn sie nicht vereint gekämpft haben. Er hatte nun also den Nahen Osten unter seiner Kontrolle. Es gibt da noch eine interessante Anekdote, nämlich, dass er gesagt hat, Ägypten wäre so etwas wie seine Hure, die versucht ihn von seiner eigentlichen großen Liebe von Syrien fernzuhalten. Weil Syrien, der Ort, wo er aufgewachsen ist und den er sehr geliebt hat, während Ägypten, sag ich mal, das ein wichtiger Teil seines Reichs war, aber es war nie seine erste Liebe. Saladin war nun also bereit, die Kreuzfahrer und vor allem Jerusalem anzugreifen. Und das tat er im Jahre 1187. Da kam es zu einer großen Entscheidungsschlacht bei Khattin. Und man darf nicht unterschätzen, was für ein militärisches Genie, wie talentiert Saladin war, aber man sollte hier auch nicht unterschätzen, wie unglaublich dumm die Kreuzfahrer agiert haben, beziehungsweise die Befehlshaber der Kreuzritter. Die Schlacht war aus europäischer Sicht eine einzige Katastrophe. Die Kreuzfahrer waren abgeschnitten von Versorgung, waren durstig, hatten kein Wasser und wurden letztendlich leichte Beute für die muslimischen Streitkräfte. Und im selben Jahr 1187 gelang es Saladin dann auch, sag ich mal, sein Ziel, sein propagandistisches Ziel zu erreichen. Er wurde der Sultan, der nach 88 Jahren christlicher Herrschaft Jerusalem, die heilige Stadt, wiedereroberte. Auch hier ist es wichtig daran zu erinnern, dass es kein Massaker an den Christen der Stadt gab. Die meisten Christen konnten abziehen, nachdem sie eine Art Lösegeld bezahlt haben. Andere wurden freigekauft. Es gab tatsächlich auch Sammlungen von anderen christlichen Würdenträgern, von Geistlichen, um die ärmeren Bevölkerungsteile aus der Stadt freizukaufen. Es wurden aber trotzdem mehr als 10.000 Christen versklavt. Nachdem Saladin Jerusalem erobert hatte, hat er unter anderem viele christliche Kirchen umweihen lassen, also zu muslimischen Gotteshäusern, hat Kirchtürme abreißen lassen und hat auch dafür gesorgt, dass die Juden wieder in Jerusalem ansiedeln durften. Saladin hatte also sein Ziel erreicht, Jerusalem erobert. Aber, und das ist wichtig, was er nicht erobert hat, war die Stadt Tyros. Tyros war eine unglaublich befestigte Hafenstadt, die dann zum Rückzugsgebiet der christlichen Kreuzfahrer wurde. Und von da aus sollten sie weiterhin Widerstand leisten, und zwar nicht alleine. Denn die Nachricht, dass Jerusalem von den Muslimen erobert wurde, die hat in Europa Schockwellen ausgelöst und führte zum dritten Kreuzzug. Und das war nicht so wie der erste Kreuzzug einer, der hauptsächlich von niedrigeren Adeligen angeführt wurde, sondern die drei mächtigsten Herrscher des christlichen Mittelalters sind nach Jerusalem gezogen, um die Stadt zu befreien. Nämlich Kaiser Friedrich Barbarossa, der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, König Philipp II. von Frankreich und Richard Löwenherz. Barbarossa ist schon relativ früh gestorben, noch bevor er ins Heilige Land kam, aber Richard Löwenherz, der hat es geschafft. Und Richard Löwenherz, man kennt ihn vielleicht auch aus der Robin Hood Geschichte, eine ganz faszinierende Persönlichkeit und ein militärisches Genie, das auf demselben Niveau war wie Saladin. Und dem gelang es dann auch, dass verschiedene Städte im Nahen Osten wiedererobert werden konnten für die Christen, für die Kreuzfahrer. Unter anderem Akon, ein sehr wichtiger Hafenstand. Er hat Schlachten gewonnen, unter anderem bei Jaffa. Und er hat dafür gesorgt, dass Saladin zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Niederlagen einstecken musste. Die Kreuzfahrer und Saladin haben sich letztendlich dann auf einen Kompromiss geeinigt. Also die Städte, die ich gerade erwähnt habe, wie Akon und Tyros, die blieben unter Kontrolle der Christen. Und die Pilger, christliche Pilger, durften weiterhin Jerusalem besuchen, durften da nicht belästigt werden. Und es gab sogar wieder lateinische Priester, die in der Grabeskirche agieren durften und die die Grabeskirche betreuen durften. Kurze Zeit später, im Jahre 1193, starb Sultan Saladin auch im Alter von nur 55 Jahren. Und die Dynastie, die kurdischstämmige Dynastie, die er begründet hat, die Ayyubiden, die sollten noch weitere Jahrzehnte im Nahen Osten herrschen. Hier könnte die Geschichte eigentlich vorbei sein. Denn Saladin geriet vergleichsweise schnell im Nahen Osten in Vergessenheit oder in relative Vergessenheit. Also er war jetzt nicht die große Lichtgestalt im Nahen Osten, wie man sich es vielleicht denken könnte. Aber wo er nicht in Vergessenheit geraten ist, das war tatsächlich im christlichen Abendland, in Europa. Denn dort war er eine Berühmtheit. Er wurde eine Berühmtheit. Er war der Heide, der Jerusalem erobert hat und der letztendlich der Gegenspieler des Kaisers und des Königs Richard Löwenherz wurde. Und viele Anekdoten sind aus dieser Zeit überliefert. Manche sind fantastisch, manche haben sich wahrscheinlich wirklich so zugetragen. Denn Saladin wurde als großzügig und als ritterlicher als die Europäer beschrieben. Also als ein ganz gerechter Herrscher, ein edelmütiger Herrscher und als ein ebenbürtiger Gegenspieler für Richard Löwenherz. Es gibt da unter anderem die Geschichte, dass während einer Schlacht Richard Löwenherz, praktisch, dass ihm das Pferd unter dem Leib weggeschossen wurde von Pfeilen. Und dass Saladin das gesehen hat und dass er ihm seine eigenen Pferde hat schicken lassen, damit der König standesgerecht weiterkämpfen konnte. Es gibt auch die Geschichte, dass als Richard Löwenherz krank wurde, dass Saladin ihm seinen Leibarzt geschickt hat, frische Früchte und sogar Schnee von Bergen, damit er seine Getränke kühlen konnte. Also ein großer gegenseitiger Respekt. Es gibt auch die Geschichte, dass Richard Löwenherz Saladins Bruder die Hand seiner eigenen Schwester angeboten hat, sodass sie als christlich-muslimisches Paar über den Nahen Osten herrschen könnten. Das war wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint, aber es zeigte auf jeden Fall die Hochachtung, die beide Herrscher für sich hatten. Und das wurde auch in der mittelalterlichen und auch in der späteren christlichen Literatur immer wieder aufgegriffen. Saladin war immer einer der Guten von den Bösen, wenn man es so nennen möchte. In der göttlichen Komödie von Dante Alighieri, da ist Saladin nicht in der Hölle, sondern ist als einer der gerechten Heiden in dem Ort. Also nicht im Himmel, weil er nicht getauft ist, aber auch nicht in der Hölle. Er ist da so im Limbo, wie andere Heiden, wie griechische Philosophen und sowas. Aber auf jeden Fall nicht in der Hölle, wie man es für jemanden erwarten könnte, der die Christen aus Jerusalem rausgeschmissen hat. Später, im 18. Jahrhundert, spielt Saladin dann eine wichtige Rolle in Nathan, der Weise von Lessing, wo er eben als sehr tolerant und als sehr aufgeklärter Herrscher für die damalige Zeit dargestellt wurde. Und das Ganze ging so weiter, bis ins 19. Jahrhundert, als Kaiser Wilhelm II., also der Kaiser des Deutschen Reiches, 1898, glaube ich, eine Palästina-Reise gemacht hat. Und da stand er unter anderem auch in Damaskus am Grab, im Mausoleum von Saladin. Und hat da eine große Rede gehalten, die Damaskus-Rede, die sogenannte, wo er gesagt hat, der deutsche Kaiser wird auf alle Zeit ein Freund und Beschützer der Muslime sein. Und er hat auch den Sarkophag von Saladin erneuern lassen und hat, glaube ich, silberne Lampen anbringen lassen. Also im Westen ist Saladin nie in Vergessenheit geraten. Und das hat dann auch ein bisschen dazu geführt, dass er in der islamischen Welt wiederentdeckt wurde. Gerade im 19. Jahrhundert und gerade auch nach der Gründung Israels. Denn viele Islamisten, aber auch panarabische Nationalisten in der arabischen Welt sahen Israel als ein Revival der Kreuzfahrerstaaten. Dass Europäer kommen und wieder an der Levante und in der heiligen Stadt Jerusalem ein nicht-islamisches Regime errichten, das war aus ihrer Sicht vergleichbar mit den Kreuzzügen. Und so haben sich dann auch viele Gegner Israels später als Saladin, als den Vereiner der Muslime und Eroberer Jerusalem stilisiert. Unter anderem den ägyptischen Präsidenten Nasser, der hat sich als neuen Saladin gesehen. Auch der syrische Diktator Hafez al-Assad hat sich als Saladin des 20. Jahrhunderts gesehen, hat eine Statue von Saladin bauen lassen, riesengroß und so weiter. Und auch Saddam Hussein, der Diktator des Iraks und Völkermörder, hat sich selbst als Nachfolger von Saladin gesehen, was auch damit zu tun hat, dass Saddam Hussein ebenso wie Saladin in Tigrit geboren ist. Und das ist jetzt so diese ironische Sache, wo man echt vorsichtig sein muss mit Instrumentalisierung von Geschichte. Saladin, weil er aus einer kurdischen Dynastie stammte und vielleicht der berühmteste Kurde in der Weltgeschichte ist, wird natürlich auch von vielen Kurden als einer von ihnen gesehen, als Teil der kurdischen Geschichte. Ist natürlich so ein bisschen das Problem, auch innerhalb der kurdischen Intellektuellen. Saladin war Kurde, ja, hat eine kurdischstämmige Dynastie begründet, Jerusalem erobert, war tolerant und so weiter. Also eigentlich gutes Vorbild, könnte man meinen. Aber er hat sich nie wirklich so als Kurde identifiziert. Zumindest gibt es nichts, was darauf hindeuten würde, dass er sich selbst als Anführer eines kurdischen Reiches gesehen hätte. Er hat sich eher als Muslim, als sunnitischer Muslim identifiziert und wollte die Muslime vereinen. So Stammesdenken oder ethnische Zugehörigkeit war bei ihm nach allem, was wir wissen, nicht wirklich vorhanden. Also ist er sehr schwer, als ethnische Identifikationsfigur zu nehmen, weil er sich selbst nie wirklich so definiert hat. Und gerade an diesem Beispiel, am Beispiel Sultan Saladins, kann man sehen, wie vorsichtig man sein muss, wenn es um Instrumentalisierung von Geschichte geht, wenn es um aktuelle Politik geht. Man sieht, sowohl die Kurden identifizieren sich, viele Kurden, nicht alle natürlich, aber viele Kurden identifizieren sich mit Saladin. Die Saladin-Universität in Erbil ist nach ihm benannt und er gilt als einer der großen Kurden der Geschichte. Auf der anderen Seite hat man Leute wie Hafiz al-Assad und besonders Saddam Hussein, die sich ebenfalls mit Saladin identifizieren. Das ist besonders bei Saddam Hussein, ist es so auffällig. Saddam Hussein, jemand, der einen Völkermord an den Kurden begangen hat, mit fast 200.000 ermordeten Menschen, der sich aber gleichzeitig als Nachfahre eines großen kurdischen Herrschers sieht. Merkt euch einfach, sobald sich irgendjemand, irgendwelche Politiker als Nachfahren oder legitime Nachfahren oder sowas von irgendwelchen historischen Persönlichkeiten sehen, immer vorsichtig sein. Denn Geschichte wird oft verfälscht, manchmal absichtlich, manchmal nicht absichtlich, aber es verfolgt immer eine Agenda, wer sich als Nachfahre von den Germanen sieht in Deutschland oder von irgendwelchen Kaisern oder auch von Sultan Saladin. Und deswegen, die Gestalt Saladin, unglaublich spannend und ich empfehle jedem mehr dazu zu lesen. Unglaublich spannende Epoche der Weltgeschichte, da gerade unter Saladin, die Kreuzfahrer und so weiter. Aber seid vorsichtig, wenn irgendwelche Politiker versprechen, sie sind die Nachfahren von Saladin. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch Spaß gemacht. Zweimal die Woche gibt es Nachschub hier auf diesem Kanal, Geschichte aus dem Nahen Osten, Konfliktgebieten weltweit und so weiter. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, zu welchem Thema ihr als nächstes gerne ein Video hättet. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.